also wie locker steht das blut was machen wir denn jetzt gute idee kollega einmal ja könnte gut gehen ja mache ja schon so ich komme von hinten an dass deine kleinen pussys neue kleinen pussys hier geht gleich alle drauf meine meine so jetzt bin ich hinter euch hallöchen zu sehen hallo mein lieber freund na klar wird ihr freut mich einfach mal so warum denn nicht macht er denn da ich dran umspielen das ding könnte losgehen was für ein dickes ding ja 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 weil in die fresse alter das kraft er lebt noch super nice aber die anderen du und ich wir müssen fliegen kämpfen lassen sie uns gehen alleine das könnte ja was wir hatten naja jetzt du dich jetzt mal fokke moment mal kurz ich habe ja stumm hier wäre nämlich mal lieber auf größerer distanz schrotflinte das besteck das könnte nichts werden ja mein lieber freund ja klar ja habt ihr schafft ja kein problem ja mal runter hier bist du bereit was für ein timing von uns kämpft kaum noch jemand seit dem kriegsende ist es nicht mehr so einfach verstehen sie wenn wir hier lebend rauskommen werden sich die dinge ändern das müssen sie einfach hören sie das halt diese blauen augen wir wollen vermutlich den ganzen Stadtteil überrein hier entlang kämpfen ich habe es doch gewusst hier müssen wir rennen alter na du kleine pussy aha hast du das nicht geschafft hast du das nicht geschafft alter der Raketen hat er den nee das ist gar keine Raketen mehr ja klar wenn der hund reinkommt dann gebe ich dir deckung klar kein problem okay na alles klar bei dir was gehst du denn da rum ja rein ich bin weg tschüss hat er eigentlich einen hp-Balken oder so dann würde ich mal sagen dass ich einfach mal frisch hat da jemand mit einer kammer abgeworfen es kam immer mehr äh ja doch mal down oder auch jetzt ach der lebt doch immer noch boah ey sehr schön und nun was er macht so lange nix bis alle tot alter nicht der hier hab ich noch eine Granate ne ah ich nenne jetzt haben wir es musik hm ich einfach so immer immer schon raufhalten ah guck mal der geht down da is er down ach so wahrscheinlich müsste ich jetzt diese Dinger kaputt machen und dann kommt er ok hier eben ein bisschen Luxus geht auch noch nicht durch wahrscheinlich liegt es daran an den ganzen Gegner ich bräuchte auch mal Munition hier alter der hat keinen Kopf mehr ich glaub das wird nix ich hasse diese Rüstung ne ich hasse diese Rüstung sehr schön wir lassen mir Feuerschutz geben ah hau rein so let's do this shit ma fucker oh yeah jetzt wird gerockt jetzt wird gerockt jetzt wird gerockt hui 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 hm nimm mal fucker jetzt alter die verliert ja daario ich verliere so schnell die munition bei den sturm hier wäre es nicht mehr feierlich kommt man hier alles mitnehmen alles mit dem jahr konaten warum wir nicht warum okay 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 meine freunde jetzt kann die party wirklich steigen aber so weit von zum ausdoppelmesser so ist hier noch irgendwas am rumliegen irgendwie ich glaube nicht so aber hier munition angehoben glaube der kollege freut mich so dann wollen wir mal weiter rocken hier rein nein warum auch er wird auch schon dabei kabel zum aufladen noch mal die stromrechnung schön hat er eigentlich leben das frage ich mich die ganze zeit oder kann auch mal verreckender typ naja egal alter wie alle johne kopf am alt möglich fall ja ich finde es geil aber mein aiming finde ich ist sogar muss man sagen läuft nicht gut naja egal so lange ich treffe irgendwie naja nicht noch mal dieser hund dann sollen wir denn jetzt nach oben geht er ist er nach oben gegangen ja wo ist der denn oder ist der hinten achter auch da der kollege okay er geht nach oben wir gehen einfach mal da dann bekommt er mir jetzt hinterher ich will mal gucken was hier so ist ist das bestimmt alter wie ich die dinge hasse ne ich hoffe mal nicht dass es hier so ein alternativer weg irgendwie ist vom wegen kannst da weiter du kannst auch da weiter ich will hier eigentlich weiter weil erkundung zu tun so warum habe ich so eine scheiß rucklein die ganze zeit er ist so ein alternativer weg gewesen moment dann gucken wir uns nochmal an was da ist so was haben wir denn hier kann man was einsammeln hier guck dir das an wäre ich hier nicht lange gegangen dann hätte ich kein ende war gut ach so ok bin da kollega hast du ich fahre boah jawoll dann mal los oh yeah leck mir doch mal hart bin ich tot ne wer bist du denn achso anja naja hartnäckig ähm kollega ja ich bin dabei hab's hoi 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 und über uns explodiert es wohl doch nicht guck mal blämlisch gib endlich Ruhe geil Sackgasse Captain wer ist das ungemacht anja mein Schatz unglaublich dass du da rausgekommen bist ja klar für dich immer weiß jemand wie man einen Wagen kurz schließt ähm ähm kollega mach mal hin ne ich hoffe sie wissen lieber hier rauskommt ich dring sie nach hause in der Stadt sind überall Kameras sie verfolgen uns wo wir auch hingehen nachts wäre es leichter wir hätten mehr Möglichkeiten es ist nicht ratsam das Hauptquartier des Wiesenau-Widerstands tagsüber aufzusuchen bis heute hat es keiner versucht aber kein Krieger am Himmel niemand freut uns vielleicht können wir ja heute Geschichte schreiben unser Plan hat zwei Teile wenn alles glatt läuft sollten wir in einem toten Winkel landen seid ihr alle bereit? los jetzt laufen sie das Gute am Regime ist dass dort nur Idioten am Werk sind solange wir in der Gisch bleiben sieht uns keiner und jetzt zu Teil zwei dem Sprung sobald wir unter Wasser sind tauchen sie hinter mir her sie dürfen auf gar keinen Fall auftauchen hier wimmelt es von Wachen wenn sie auftauchen sind wir tot also nicht zögern springen sie ok dann mal los anja wir schaffen das schon nicht auftauchen nicht auftauchen ich kriege keine Luft mehr ich muss auftauchen das ist mein Spaß äh meine 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 was haben wir denn hier ok verstehe mein Laserschneider jawohl dennoch das hier naja ja super anbeilung beilung schließen wir den Scheiß nochmal ja super und schnell 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 noch auftauchen jawohl es tut mir so leid als ich hier war gab es vor dieser Öffnung noch kein Gitter ich weiß wie Monate gefangen wie dritt kann man es sein nun könnte ich glauben dass alles so bleibt hast du wo sind meine Waffen ich bin aggressiv ja anja dir ist kalt soll ich dich wärmen ich bin aggressiv ich bin aggressiv und dann